Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so, oder seine Dudeheit, oder du, oder... Also hier ist noch... Er hat noch eine M4, CC, OSD, falls jemand Interesse hat, und einen kompletten Toolbild. Ach, was haben's? Eine M4 würde ich gerne haben. Kompass, Kompass, gar... Die M4 liegen hier hinten auch noch ohne Ende. Das Problem ist keine Max. Will irgendwer eine Bison oder eine M14? Nee, das ist alles voll. Wer ist denn auf Klo? Ich. Ich geh jetzt mal gucken, ob ich operieren kann. Hier ist auch Stacheldraht, Alter, habt ihr das... Nee, ich hab keine Bugs, gar nichts. Aber hier ist Stacheldraht, den siehst du, oder? Ja, ja. Aber wo ist die Leiche? Mein Klo? Links neben Klo. Oh Gott, darf ich bitte meine Flare schießen? Nein. Vielleicht glaub ich's zu spät. Oh, zu spät. Es gab... brauchst du noch Kompassen und alles, ne? Ja. Ja, er ist hier links neben dem... äh... Klo am Haus. Jo. Also ich repariere gerade das letzte Glas. Denken die Zelte ganz hinten? Ja, ja, ganz hinten, unten, untere rechte Ecke. Also der ist auf dem Zombie. Der hat immer noch A, T, R, Q. Ja, das ist Scrap Metal, das ist der Heckrote. Da müssen drei oder vier rein, ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt kann denn ja nicht mehr das Glas sein. Wieso? Weil ich eben gerade, als ich dran war, hatte ich nur ein einziges Repair-Glas. Alles andere war grün. Irgendwo ist hier noch ein Zombie. Ja, es sind noch zwei Stöcke, die hängen hier hinten. Einer noch. Habt denn das letzte Glas jetzt repariert oder noch nicht? Ich hab's repariert gerade, ja. Also alle Gläser sind grün gewesen jetzt, ja? Da könnte ins vielleicht der Fuel Tank Part sein. Die Leiche da hinten hat den Fuel Tank Part, ne? Ja, ich lieg hier mal rausgetappt rum und probier das mal zu googeln. Guck mal, ob's in der Leiche ist oder in meinem Rucksack, in dem Alice Pack, daneben der Leiche liegt, kann auch sein. Ich hab's eben gerade ja ausgetauscht. Also die Leiche hat keinen, äh, wo ist dein Rucksack, ist jetzt die Frage. Liegt daneben, in dem Alice Pack. Ähm, ja, es ist alles grün bei mir hier. Ach, da, jetzt sehe ich's. Ja, Tech, Q, Tank Parts. Und dann hauen wir einfach alle Jerrycans zum Schluss rein, die wir hier finden. Ja, so eine hab ich. Ja, brauchen wir schon mehr. Hab, glaub ich, drei im Gefängnis. Du, das Scrap Metal auch wo? Was, ne? Wir hätten das Scrap Metal. Ich nicht, dachte, ihr holt das mitnehmen. Ja, dachte ich. Hat auch einer gesagt von euch. Irgendeiner von euch sagt, das war's. Ja, ich komm jetzt mal an und lade die Jerrycans ab und dann geh ich nochmal los. Ich renne schon mal rüber. Ich renne nochmal los. Das ist doch kein Thema. Kann man einfach für ein Heli tun und nochmal mich vollladen mit allen Jerrycans und solchen. Ah, du hast ja auch ein Coyote jetzt. Ja, eben. Und wo referiert man in den Shooting Cloud, ist die Frage. Ach, ah, na, ich sehe dich da schon, glaube ich. Bye. Ja, jetzt vier Jerrycans reingemacht. Also. Ja, lass mal alle mitnehmen jetzt. Ich hab ja auch noch. Ja, es reicht ja, wenn du da noch drei oder so reinmachst. Oder vier. Ah, ich hab noch mehr Zelte gefunden versteckt. Die hab ich vorhin gar nicht gesehen, lol. Ja, ich hab ja auch noch eins gefunden. Das hab ich vorhin noch nicht gesehen. Das sind drei Stück. Ach, das ist ein Radio, Alter. Kann ich das haben? Ich plan was damit. Was planst du? Fall. Ja, ich will diese Message am Green Hill empfangen. Vom Funk Tower. Das will doch jeder, oder? Ich will es aber aufnehmen. Ja, Arne auch. Achso. Nein, will ich nicht. Ich packe es dir mal ein. Ich gebe es dir nachher gleich. Sehr nice. Hier ist noch 8 Cook Meat. Also, falls noch jemand kann. Das Coyote Backpack hier. Nicht ehrlich. Ist das jetzt da doch einfach hingespawnt? Ne, hier ist noch eins in einem Zelt. In einem anderen Zelt, das wir vorher noch nicht gefunden haben. Ja, und da braucht das Radio drin, oder? Wunderbar, dann nehm ich das mal. Ja. Scar, brauchtest du nicht Blut vorhin? Ja. Scar? Warte mal, komm mal zum... Lass uns mal gleich treffen, dann drück ich dir eben einmal Blut. Das hier ist noch ne Mod gewesen. Oha! Brech mir noch die Beine an diesen scheiß Mauern, ey. Diese Kacksteine, ey. Die siehst du auch immer so gut. Oha, ich ärgere mich gerade. Was denn? Was soll ich... Mit der MK, die ich da hatte. Hier ist noch ne MK in einem Zelt, hab ich gerade gefunden. Ja, ich glaub, die hab ich da reingetan. Warum ärgerst du dich? Weil ich die nicht aufnehmen konnte, ohne dass mein Rucksack weg war. Oh. Scar, bist du hinten bei den Zelten, ne? Ich bin jetzt hinten bei den vier Zelten. Ja, dann komm mal zum... Ich seh dich. Oh. Witzigerweise ist da ja keine einzige 1185 drin, ne? Und keine einzig gehackte Waffe bisher. Warte. Ja, ich geb dir mal Blut. Ich sammel wieder Punkte auf dem Weg zum Heroeskin, Leute. Aber es kann mir keiner erzählen, dass die drei Nightwilden und drei Rangethiner, die in dem einem Zelt hier zusammen lagen, dass die nicht gedupet waren, ey. Ja, gedupet, aber keine gehackten Sachen. Ja, das stimmt. Kein TWS und so'n Scheiß. Das gibt doch gleich ein gutes Gefühl. Und hat irgendjemand eine M9SD gefunden? Hab ich nämlich auch nicht gefunden. Nein. Hab ich auch nicht. Ich hab bloß einen Mac gefunden. So, dann suchen wir jetzt primär erstmal Jericans. Also ich hab eine Jericans jetzt. Ich hab zwei. Dann nimm eine mit einfach erstmal. Mal gucken, ob ich noch eine dritte finde an dem Zelt. Also in irgendeinem Zelt waren fünf und anderen waren nochmal acht Stück irgendwie und was weiß ich alles. Aber ich glaub, ich trinke erstmal was, esse erstmal was. So, jetzt hab ich noch drei Stück. Die drei nehm ich jetzt noch mit und dann ist aber reichen, ey. Du läufst schon, Arno? Ne, noch nicht. Ich bin noch bei den letzten, bei den vier Zelt. Da läufst du? Ja, ich laufe. Gut. Ich dachte grad, mir läuft ein Gilly entgegen. Ja, ich dachte einfach. Ich schieße oder soll ich mal warten? Ja. So, ich bin jetzt hier. Jeder, der essen und trinken braucht, im Rucksack jetzt bitte rausnehmen. Ja, incoming. Warum habt ihr alle eine M4? Verdammt. Wieso? Ich hab eine. Doch, aber ich hab die Holo. Aber die ist nicht SD. Okay. Dafür macht sie gleich Licht. Dann muss ihr das Nightwishen aber absetzen, sagt vorher Bescheid. Achso, hier würdest du ein Radio noch haben, ne? Ja. Listen to the radio. Wer fliegt eigentlich von uns? Ist du, ne? Ich. Oh Gott. Radio müsste hin. Oh Gott, sagt er jetzt wieder. Ja, besser als wenn ich fliegen würde. So, willst du die Granate jetzt hochjagen? Ja, ich komm mal zu euch. Dann mach ich jetzt, musst du Bescheid sagen wann, weil dann mach ich mal eben das Nightwishen aus. Oh, jetzt hab ich aber auch mal in die Flie. Da läuft der Kille. Bin ich. Bin nochmal zu der Leiche hin gelaufen. Was? Wo bist du? Bin bei der Kloleiche. Wir wollten die HE jetzt hochjagen von euch. Ja, ich wollte, ja, die Flieger. Ich warte kurz auf Arne. Achso. Arne, nimm mal deine Nightwishen ab. Ah, achso. Ah, ich wollte aber doch, dass der Heli die grüne Screenshot machen. Oh mein Gott. Ich muss Screenshot machen, schnell. Oh, das ist so hell. Das ist aber grün. Die Flare White ist am geilsten. Ja, die hab ich ja benutzt. So, dann würde ich sagen... Oh, da kommt sie runter. Hatte die in die Heli oder was? Oh, das ist weg. Heli. Hattet ihr gesaved? Ja, ich save nochmal. Wer will wo sitzen? Scheiße. Warte, ich muss raus. Ich stehe jetzt falsch. Ich bin Fallfahrer. Ich nehm Dorgan, ne? Okay, Leute. Der erste Praxisflug vom Dude im richtigen Days. Geh mal kurz zu mir rüber. Geh mal kurz zu mir rüber, bitte. Wollen wir doch letztes Stoßgewech sprechen oder so? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Seid ihr beide bei den Waffen? Ja, er ist neben dir. Siehst aus wie fucking Sam Fischererze, Alter. Hm. Oh Gott, ist das normal? Ja. Wir werden sterben. Das ist für die Sorte da. Cannot fire. Gott. Kann ich eigentlich den Roter mit dem Sidegun anschießen? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich für mich alles habe. Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Was sagt denn der Munitionsstand von den Guns? 102 Magazine noch. Das ist drei insgesamt. Gut, du musst Auto haben wir aufmachen. Ist aus. Und auf einmal geht's bergab. Ganz ruhig. Ach ja, auch ein E drücken ist immer gut erfahren. Nee, die E drücken. Meinst du also? Ja. Okay, wollen wir nochmal Tree-Uberleys fliegen. Also ich werde jetzt keine Kunststückchen machen, ne? Nee. Aber ein Looping ist eigentlich easy. Ja, ich weiß. Muss bis hoch genug sein. Mach mal Licht an. L, ne? Hm. Oh ja, gibt's. Oh, nice. So geil. Du bist ein Trash-Spawn auf dem Nacht-Server. Das erste, was für Fies ist das. Das liegt vom Heli. Äh, haben wir eigentlich irgendein genaues Ziel, was wir jetzt machen? Erstmal auftanken. Auftanken und dann Lagersuchen. Naja. Dunkeln schlecht. Boah, ist so geil mit dem Scheinwerfer, Mann. Weil das dein Fieschen ausmacht. Ja, ich hab's gar Zeit ausmacht. Die den Scheinwerfer gar nicht. Da. Ah, jetzt. Oh. Ein wenig. Das muss so krass sein, wenn du da unten stehst. So, äh. Du landest jetzt grad schon, oder was? Äh, ich versuch mich schon mal ein bisschen landen. Ich weiß ja nicht, was der Spritz sagt, aber... Ich will hier auftanken, hier unten. Ja, gut, deswegen ja. Wo denn? Hier, weil rechts von der Scheune an der Straßenseite ist. Da haben wir letztes Mal doch auch... Du kannst hier neben der Scheune landen, da bin ich immer hin. Ja, warte mal. Dann probier mal echt, auf der Straße zu fahren. Auf der Straße? Oder wo ist der Fuel Tank? Der ist doch rechts. Hans hat direkt daneben geparkt, letztes Mal. Ich glaub, Hans ist schon mehr geflogen als ich dann. Hans fliegt das Ding glänzend. Das ist echt. Also was der... Der hat uns einmal auf eine Lichtung im Wald... Das ging gar nicht. Weil das Problem ist, wir brauchen jetzt zum... Refuelen, sonst haben wir auch auf dem Krankenhaus in Beranzino geparkt. Ich hab's auf dem International Hotel mal geschafft, auf Amex. Mit Geduld und Spucke. Oh mein Gott. Was hast du denn? Mach mir mal Sorgen, wenn du fliegst. Du bist doch nie mit mir geflogen. Außer in Amex. Bist du in das DH? Ja, okay. Was ist da passiert? Das war ein Übungsflügel. Das darf passieren. Von daher... Toll. Auffüllen kann ich die mit einem Klick, aber... Tanken muss ich zweimal drücken. Ich würde sagen, wenn wir dann wieder aussteigen, tun wir irgendwo an der Küste, mehr oder weniger, wo wir uns halt selber auslocken. Weil der Heli ist oder so weg nachher. Dies macht keinen Sinn. Ja, ihr könnt mich gleich auf jeden Fall erstmal irgendwo absetzen, wenn das Ding wieder voll ist, weil dann muss ich auf jeden Fall im Hansbett. Wo möchtest du denn hin? Pff. Andererseits, ich kann mich auch hier einfach irgendwo ausladen und drauf gestalten. Oder so, natürlich. Das geht auch. Aber auf Tanken helfe ich euch noch eben. Willst du wieder mal einen kleinen Flug zum Airfait machen? Jo, warum nicht? So, die leeren Dinger tue ich wieder hin rein, ne? Jo. Bin drin. Wer wollte jetzt auslocken? Ich. Wo? Ich will noch einmal, dass hier... Ne, Arne. Ich will noch einmal, dass hier jetzt losfliegt und dann würde ich euch von oben... Will ich sehen, wie das aussieht, wenn man hier unten bis unterscheiden wir von dem Ding an das ohne Nightwishen. Und der ist sick aus. Oh, ich habe so viele coole Bilder gemacht. Bisschen. Oh, nein, scheiß. Weißt du. Ach, der ist... Ja, aber das sieht man gar nicht so krass. Ja, ich habe aber Nightwishen aus. Es dauert ein, zwei Minuten. Ach, da hinten. Okay. Der ist schon abgefahren, ey. So, dann gehe ich mal hier in den Momenten. Oh, da wurde ich gerade vorhanden geräuchtet. Also, ich habe noch, da unten Schufert, dass ich werde. Also, grammiat��릴게요. Okay, das gleich ist... Einer